Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Yorkshire! Entschuldigen Sie, das hier ist Darrowby, oder nicht? Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ich bin Mrs. Hall. Ich führe Mr. Farnens Haushalt. Mein Name ist Farnens, Siegfrieds. Ich bin ein neuer Assistent. Schon wieder einer. Mr. Farnens neuer Assistent. Wieder einer. Dann los! Ab dem Wallach wird ein Kack mit dem Huf. Oh, das ist wirklich sehr unangenehm. Schon mit Pferden zu tun gehabt? Da wird das mein erstes. Holen Sie meinen Bruder vom Bahnhof ab, gegen halb fünf. Wie finden Sie ihn? Na, meinen Bruder meine ich. Er hat so seine Widersprüchlichkeiten. Widersprüchlichkeiten. Der Mann ist ein Irrer. Unglaublich. Gar nicht schlecht, was? Das ist keine Art, Mr. Harriet zu begrüßen. Sie sind ein hübscher Bursche. Kann ich Sie sehen? Irgendwann? Tut mir leid, ich hätte das nicht. Das ist es nicht, Essen. Hier versteckst du dich. Wer ist das? James Harriet. Harriet! Siegfried bellt wirklich schlimmer, als er beißt. Im Herzen ist er ein guter Mensch. Bieten Sie ihm die Stirn. Und er wird Sie lieben. Oben in den Dales, umringt von diesen Hügeln. Dem gleicht kein anderer Ort. Vorsicht! Wenn es ihn in die Knochen fährt, kommen Sie nie mehr weg. Ich glaube, ich will gar nicht. Was ist die Knochen-Dales? Und er ist die Knochen-Dales-Dales-Dales-Dales-Dales-Dales. Vielen Dank.